Hallo liebe Leute und Freunde, es ist Anfang Dezember und das bedeutet, es ist Zeit für die Große Nikolaus-Sonderauslosung. Am 4. und am 7. Dezember ist es soweit. Ja, alle die da mitspielen und einen Dreier auf dem Schein haben, also drei Richtige, die nehmen automatisch an der Großen Sonderauslosung teil mit ganz, ganz vielen tollen Gewinnen. Es gibt zum Beispiel dreimal eine Million Euro. Ja, kann man also mit einem Dreiermillionär werden und zusätzlich gibt es nochmal 2000 mal 1000 Euro. Wir wünschen allen Tippern viel Glück!